Moin! Ich muss mich erstmal wieder rein finden in der Spähe, ich hab das lange nicht mehr gezockt hier. Jetzt. Leider. Ich glaube... Ich bin ja auch nicht alleine, oder? Ich hätte ja nicht dieses komische Klumpen geräumt. Oh! 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 Ist da ja oben, oder? Wieso ist denn die erste Tdie, oder was? Oh, die hier ist das? Ich hab das. Guck mal, ich will das Vieh. Alles klar, da muss ich ihn jetzt verstecken vor dem hier. Da hab ich schon mal voll gar keinen Bock drauf. Dann bin ich echt nie gut. Solange das ähnliche Vieh ist, was hier rumrennt, dann ist alles easy. Das ist halt ne Alba! Boah! Ich hätte da noch so eh noch wollen. Und wenn... Das gibt vielleicht eh noch mehr. Dann muss ich mich jetzt echt verstecken und geh immer sehr schön rein. Und jetzt wieder... Ich wollte ja auch gerne mal wissen, was passiert, wenn ich mich nicht verstecke vor diesem Vieh. Was denn passiert? Aber ich will eigentlich auch weiterkommen. Aber ich denke mal, das werden wir noch bestimmt noch rausfinden, was da passiert. Ich weiß ja nicht immer, wo ich lang muss. Ich kann einfach nur die Wege probieren, wo ich lang muss. Und... 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 Wenn das in der falsche Blick ist, wenn ich nicht weiterkomme. Aufstehen sehr leid, ich höre, dass Vieh schon wiederkommt. Und... Ich weiß nicht. Wir sind gerade verstampfen oder... Aber der ist wirklich... ...verstehen... Und hier... Hier stampft irgendwas. Oh, wo ist das Vieh? Ich kann mich hier gar nicht verstecken Der echt ist echt Na gut Ach, ich probier es jetzt einfach Da wissen wir, wie es sich dann wenigstens passiert Und es ist viel trick Ich denk mal, das sind wir dauernd Ich bin mal jetzt etwas harten oben Das ist eigentlich, wenn ich den Daddy in die Hand bin Der passt hier nicht durch, ich krieg ne Macke Das ist doch ein fettes Kind Ich fühl mich irgendwie drunter sicher Muss ich mal lang? Oh, lang Das Wasser kann ich eigentlich nicht Das weiß ich, das habe ich schon mal geguckt Aber das Er süffelt Versteck dich, versteck dich, versteck dich Danke Was, der ist einfach verschulden Der kann sich teleportieren Der kann sich einfach teleportieren Hier muss ich drüber Sicher Kommt hier irgendwas gleich Angerampelt Nee, steht da mal auf hier Und ich steh auf Dann mal wieder auf nochmal sicher gehen Das Licht Das Licht Das ist das nächste, da müssen wir rein Das ist diese Dimension wieder Ich weiß nicht, wie ich hier durchgehe Ich weiß nicht, wie ich hier durchgehe Und welche Wahrscheinlich Das wäre jetzt hier Es verändert sich auch diese Musik Und dieses Dieses etwas Irgendwie hier in der Nähe ist Der kommt ja kaum durch Eigentlich kann das viel sicher auch teleportieren Das ist ja mal mega unfair Wie ist denn halt so, ne? Kommt da nicht durch, da muss ich doch Muss ich doch vorne irgendwo Wo sind wir hier überhaupt? Sieht aus wie ein riesengroßer Lagerhalle Bücherregale Wie in so einer Apokalypse Wie in so einer Apokalypse Wie in so einer Apokalypse Wie in so einer Lanse schon wachsen Wachsend alles Ich höre nur noch, dass jetzt Zombies kommen Kann ich hier hoch? Nein Ich versuche jetzt von hier nach da zu rennen Oder zu krabbeln Krabbeln Ich muss hier durch Ich muss hier lang und dort rein Aber ich habe hier nichts zum Verstecken Und das tut mich grad ein bissl Ich bin im krabbeln echt schneller Oho, der kommt, der kommt, der kommt Versteck dich Oh nein Ich hab nicht mehr gesehen Ich habe hier versucht nur mit Ich spreche jetzt Ich schör Oh nein Der hätte mich jetzt was gefehlt, ey. Kann ich denn das Bett kriechen, wie der wiederkommt? Weil hier... Weil hier, das sind bestimmt wir hier, das Lenny Kind, was ein Geschenk bekommen hat. Was ist dieser Teddyohr? Das tue ich mir jetzt mal einfach mal einspinnen. Zettelchen... Zettelchen... Gehen wir hier hoch irgendwie? Ich kann hier tatsächlich hoch. Okay. Ach komm. Kriegt die Beine schon, wenn wir hier hochgehen. Kann ich da einfach die Tür zumachen, dann kommt der wohl vielleicht nochmal. Ich bin krabbeln echt schneller. Ich denke mal, ich werde krabbeln überall hin. Ah... Was zum... Oh... Kommt da schon wieder irgendwas, oder? Ich steh mal auf, mein guter. Ich muss das Ding zur Seite schieben. Wenn wir das nämlich runter machen. Wo der mich erst fast gekriegt hat, um die Ecke, das sah aus, als würde der mich... Äh... Warte schon mal, oder so. Die nächste Erinnerung. 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 Gehen wir mal rein. Oh, komm mal! Ich bin füchig. Die Änderung, sag mal der Rabbid. Steh bitte auf! Steh auf, Alter! Steh auf! Sie schweig so viel, dass ihre Teile die Bauten des Wohls entfüllen. Kommt der noch mal. Zack. Der hat uns jetzt schon fast aufgescht. Naja. Jetzt sind wir wieder an diesem Ding hier. Ich bin traurig und verzweifelt. Fragt mich mal einer. Der kommt ja. Wie der läuft ey. Ich krabbeln echt schneller ne. Oh cool ne. Kannst du dir nächstes mal ankündigen, dass du... ...läufst. Ich glaube jetzt müssen wir wieder dieses Buch hier reinmachen. Da brauchen wir noch ein Stück Erinnerung. Tu es. Da haben wir schon die ersten Benen. Dann brauche ich noch zwei... ...äh, eins. Mach erstmal zu. Klingt als hätte jemanden... ...hierisch verdaut. Ja, ist auch gut. Beruhig dich wirklich schon. So. Bist du mit? Stimmt. Jetzt haben wir dieses Buch hier unten. Jetzt fällt uns noch mal eh ein Artefakt. Oder eine Erinnerung, was auch immer. Jetzt müssen wir nicht den Ball jetzt hier mitnehmen. Und den einfach mal mitnehmen. Gagandu. Nichts. Immer noch nichts. Das ist doch schon wieder zu dunkel. Ähm. Okay. Nee. Ja, ne. Ist klar, ja. Sehvermögen von 30 Prozent, ja. Was ist denn das? Das sieht aus wie... ...wie bei Saw, ey. Na gut. Übel abbaut. Ach, hier, guck mal. Das ist das Flugzeug. Hier, der Teddy. Stimmt. Ich kann ja den Teddy nehmen. Das wäre heller. Flugzeug, geh mal vor. Ich schau jetzt mal den... Daddy nehmen. Ich muss hier Glück durchfahren. Ja. Was ist hier hinten? Hier ist nichts. Hier ist irgendwas sehr schweres in der Nähe. Das gehen wir mal hier hoch. Aber ich lobe dieses Vieh, was hier rumläuft. Das soll irgendwie die Mutter... ...wiederspiegeln. Kann das sein? Ich hab's irgendwie immer noch nicht ganz verstanden, aber es wird schon so sein. Bloß, dass die... ...ne, grad nett... ...nicht grad nett wirkt. Irgendwas echt großes ist hier in der Nähe. Ich kann hier nicht hoch. Ah, hier. So, ich muss das rausziehen. Das ist mein Schubfach. Da passt viel rein. Geht der wieder zurück hier? Alles klar. Ich bin ein bisschen verwirrend hier, aber was ist alles. Ich brauch meine... Ich geh jetzt mal drauf. Wird schon nicht passieren. Nein. Nein, 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 nein. Nicht gegen die Wand. Oh, oh. Ich glaub jetzt... Boah. Das Ding ist ja gerutscht. Boah. Oh mein Kopf, klar. Was ist das hier? Ein Tennisball. Ein rotes Licht. Ein rotes Licht. Wenn ich das jetzt nehme, passiert da bestimmt irgendwas, oder? Wenn ich das jetzt nehme, passiert da bestimmt irgendwas, oder? Ja. 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 Ich kann hier runter. Ich kann hier überall rein. Dachte ich zumindest. Ich will hier rein. Hey, ich will hier rein. Da halt ne. Ok. Ich glaub diese Bilder wollen uns irgendwas sagen. Oh, ho, 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 ho